Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Inquisition. Wir können sich auf einen Thron setzen. Ja, beeindruckend, nicht wahr? Er ist einer Anführerin wahrlich würdig. Er soll Einfluss vermitteln und dessen Würde. An diesem Ort wird die Inquisition zu Gericht sitzen. Ihr werdet hier zu Gericht sitzen. Ach, gibt's das wieder? Und über wen genau werde ich richten? Über jene, die Unrecht begangen haben. Glaubt mir, diese Leute werden euch mit Sicherheit zumindest ein Begriff sein. Natürlich setzt das alles voraus, dass sie ihre erste Begegnung mit euch überlebt haben. Ich töte ohnehin schon genug. Muss ich wirklich noch mehr Leuten den Tod bringen als ohnehin schon? Ich teile eure Abneigung gegen weiteres Blutvergießen, aber dazu muss es auch nicht kommen. Die Souveränität der Inquisition rührt von denjenigen Verbündeten her, die sie anerkennen. Sie gibt euch Befugnisse, ist aber auch eine Verpflichtung. Die Gerechtigkeit kennt mehr als nur ein Werkzeug. Wird sie klug umgesetzt, könnte eine Hinrichtung im Vergleich sogar warmherzig wirken. Aha, na gut, machen wir das. Gibt es jemanden, über den ich richten muss? Nehmt auf dem Thron Platz, sobald ihr bereit seid. Wir werden ihn dann vor euch führen. Jo, dann machen wir das mal. Das war ein Awakening, schon cool. Ihr erinnert euch sicherlich an Gereon Alexios aus Tevinter. Ferelden hat ihn uns in Anerkennung eurer Hilfe überstellt. Die formellen Anklagepunkte lauten auf Abgründigkeit, Versuch der Versklavung und Versuch der Mord. An niemand geringerer als euch. Tevinter hat ihn enteignet und ihm seine Stellung aberkannt. Ihr könnt über den ehemaligen Magister urteilen, wie ihr es für angebracht haltet. Schwere Vorwürfeabtrünigung sticht heraus, es wurde auch Zeit. Wieso Abtrün? Ich dachte, das ist Tevinter. Das muss man anerkennen. Ich kann mich gut daran erinnern, was mit Cey das geschehen wäre, wenn er mit seinem Verrat Erfolg gehabt hätte. Ich konnte meinen Sohn nicht retten. Denkt er etwa, mich interessiert, was aus mir wird? Habt ihr sonst noch etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ihr habt nichts gewonnen. Die Leute, die ihr gerettet habt. Die Zustimmung, die ihr gefunden habt. Der kommende Sturm wird all das hinwegfegen. Erhält euer Urteil, Inquisitor. Macht ihn zu einem Besänftigten. Ich richte ihn persönlich hin. Er dient Redcliffs Magier und sperrt ihn ein. Also taktisch gesehen, der hat einen Riesenhaufen Infos, der uns wirklich nützen könnte. Als Besänftigter? Wenn der die ausspuckt? Dann hassen mich die Magier, das weiß ich. Wobei. Einsperren? Also ich Wird mal nicht Ja, wobei Also er dient Redcliffs, mag ich ihn auf keinen Fall. Die können den eh schon nicht leiden. Wenn ich dich da einsperren oder hinrichten? Also klar, wenn eine Hinrichtung, dann machen wir es auch selber. Das kürzt sich so. Die Magie, die ihr eingesetzt habt, ging über alles hinaus, was diese Welt je gesehen hat. So etwas darf nie wieder geschehen. Erwartungsgemäß. Ich verurteile euch zur Besänftigung. Zur Besänftigung? Nun, dann soll es so sein. Obwohl ich den Tod vorgezogen hätte. Erwartungsgemäß. Kommt da nicht alle mit klar. Oh, das war's schon. Quartiere? Moment, das ist neu. Jetzt bin ich gespannt. Wo komm ich jetzt raus? Die kennen wir noch nicht. Wir haben wirklich keine Mühen gescheut. Hofaufwertung, großer Wachturm. Holy shit. Also unsere Gemächer haben es in sich. Und ja, immer wenn wir weg sind, verbessert die sich etwas. Ich bin beeindruckt. Garderobe. Freizeitbekleidung. Streng. Rein. Lebhaftig. Och, nehmen wir das. Formelle Kleidung. Winterpalast. Küstenfestung. Kaelin hat Sonnenuntergang. Mitternachtsturm. Ich glaub die. Oder das. Nehmen wir das. So, und Rüstung. Und Sterblichkeit. Zeltlosigkeit. Test noch mal die hier. Oh, ich hab noch einen zweiten Stock. Ah, so eine Art Speicher. Das ist echt geil gemacht hier alles. Das muss ich echt mal sagen. Holy shit. Oh, ich komm nicht da unten hin. Na, sicherlich auch irgendwie. So, dann in Kriegsrat. Wollt man mal den eisernen Bullen zu holen. Vorher aber. Abchecken, ob wir noch ein paar andere Sachen sich verändert haben. Was mir eben gar nicht aufgefallen hat. Wir haben ja auch den ganzen, äh, Schutt abweggeräumt. So, und in die Krypta wollte ich noch. Es wird immer besser. Gibt es irgendetwas, das wir an einem solchen Ort nicht machen können? Aha. Konntet ihr was retten? Wir mussten überstürzt aufbrechen. Aber ihr wart in eurem alten Haus. Konntet ihr irgendetwas retten? Meinen Familienhammer. So albern es auch klingt. Es tut gut, wieder arbeiten zu können. Na dann, wie ist die neue Schmiede. Und ja, sehen wir, wie funktioniert das? Ach so. Könnt ihr zu den Leuten, die wir in Haven verloren haben, etwas sagen? Ja. Würdet ihr es auch tun? Nein, das schmerzt zu sehr. Außerdem will ich euren Erfolg nicht schmähern. Ihr habt getan, was ihr konntet. Damit müssen wir uns zufrieden geben. Na dann? Wie macht sich eure neue Schmiede? Sie ist besser als Haven je hätte sein können. Die Umstände könnten zwar besser sein, aber ich schätze, wir müssen nach vorne schauen. Ist das uns das Prinzip private Kleidung? Sehr winterlich, aber passt zur Himmelsfeste. Ich komme später wieder. Ich werde hier sein. Ich meine, hier ist ja eher so im Norden, dass es ein bisschen winterlich ist. Das macht ja Sinn. So, haben wir eigentlich auch ein Rezept für eine Waffe. Stab der züngelnden Flammen. Hm. Ne. Ich habe hier noch diese andere Rüstung gefunden. Hier, für dich. Achso, das ist die Modifizierung, wie ich das herstellen. Äh. Da ist Herstellen. So, schwere Rüstung. Und Blackwall. Hier, der Vorreiter, Harnisch. Letters Blütoff, bitte mal. Danke. Hm. Er braucht wesentlich weniger Rohstoffe. Er hat die gleichen Werte. Das war wahrscheinlich nicht so gute Boni. So, bei dir müssen wir aber auf Eisen zurückgreifen. Wobei, ein bisschen Dragostein würde vielleicht auch nicht schaden. Mal Obsidian haben wir doch auch noch. Oh, nix. Aragons Schimmer ist auch nicht schlecht. Wir haben mal den Onyx. Verstärken das mit ein bisschen Dragostein. Und dazu gibt es noch Baumwollsamt. So, und das Ganze ist dann, äh, Paragon oder Paragon? Paragon? Habe ich das Paragon schon überhaupt verwendet? Nee, ich hab... Moment. Was hab ich reingetan? Zwölf. Sommerstein. Oh. Schlangenstein? Beridium? So, hier zeichnet sich der primäre Rüstungswert. Nehmen wir da Obsidian. Okay. Okay. Und das verstärken wir mit Schlangenstein. So. Und dazu nehmen wir... Seide? Ja, Seide. So. Danke. Okay. Also. Was das Obsidian ist? Und Schlangenstein ist das die wohl... Ist das der Vulkanschlangenpanzer? Ich benenne gerne solche Sachen. Rüstung, Töne, ach nö. Ach, hier kann ich auch keinem handeln. Interessant. Was ist das denn? Das hat keinen Zweck, okay. Da hab ich noch Tränke. Ach ja, Himmelsfeste anpassen. Kann ich hier neue Sachen machen? Nee. Wo sind die so vorsichtiges Rezepte, die wir... Ach so, Waffen herstellen. Dornenstabgriff oder Juwelweser zur Stabklinge? Hier hab ich nur... Meisterhafte Wellenklinge. Oder der Blattstreitkolben. Hab ich genug Metall für den? Hat richtig viel Schaden gemacht. Oh, wieder aus Obsidian und Schlangenstein, würde ich sagen. Oder wobei. Hm. Hm. Nehmen wir mal den Paragonschimmer. Oder? Nehmen wir den Schlangenstein. Und verstärken das mit... Iridium? Ja. Gut. Und dann ist das... Die... Vulkanschlangenklinge. Haben wir ein passendes Set. Auch wenn es nicht die gleichen Leute tragen werden. Diese Schmieden ist cool. Soll ich dringend mal ein paar mehr Rezepte finden. Äh, nicht dringend. Aber ist gut, wenn ich noch mehr Rezepte finde. Das kriegt übrigens Cassandra natürlich, weil wer sonst hier benutzt ein Handschwerter? Ich hoffe zumindest mal, dass... Äh, sie ist Breitschwert, also. Wird eins sein. Kann aber sein, dass das schlecht ist, als dieses Überding, was ich da neulich gelootet hab. In diesem Fall hätte ich gerade einen ganzen Haufen Metall verschwendet. Hm. Naja. Sei's drum. Sehen wir ja gleich. Das lädt langsam. Habe ich eigentlich mal noch einen anderen Helm für dich? Ne. Wenn wir gerade hier sind, die kriegt dann mal Blackwall. Hier der Vulkanschlangenpanzer. Oh, das ist doch ne Rüstung. Und... Äh, Serat. Ich rüste mal auch gleich noch neu aus. Ne. Habe hier doch neue... Ne neue leichte Rüstung gefunden. Oh, die ist gut. Und sieht geil aus. Na, da kann der Rest nicht mithalten. Mit den Werten. So, Waffen. Ich hab doch diesen einen Bogen da gefunden. Der ist dezent besser als deiner. Achso, Stufe 11. Du bist Stufe 10. Na gut. Aber halt noch mal im Hinterkopf. So, und dann zurück zu Cassandra. Die Vulkanschlanklinge ist ne ganze Ecke schlechter als dieses Ding. Holy shit. Ja, da hab ich nicht ganz aufgepasst. Na dann, ab zum Kriegsrat. Und das war auch der Questmarker da. Ich find dieses Kerzenklen drin immer noch komplett geil. Weithaltung. Weithaltung. Ist ja gut. So. Dann. Äh, jetzt mal das Ganze, die ganzen Berichte einholen. Befehle erhalten. Ich informiere euch. Fischer. Okay. Ressourcenlieferungen, aus denen er hat. Ebenen sind eingetroffen. Nehm ich. Eine Freundin in Quarinus. Ah, okay. So. Geschenk für Bianca. Wollte man machen. Rettung der Spionen. Es ist euch nicht aufgefallen? Ich hatte keine Ahnung, dass Lady Beverly für euch arbeitet. Ihr hättet es mir ja vielleicht sagen können, bevor ich mich lächerlich gemacht habe. Teilen, das ist es auch für dich. Machen wir uns auch die Arbeit. Emprice du Lior befreien. Das können wir mal noch machen. Was kostet denn den Haufen? So. Ui. 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 Das ist eigentlich ein Job für Liliana, fürchte ich. Das lassen wir dann lieber Liliana machen. Fluchtwege für Spione. Außer maß Freundschaft erregend. Das klingt nach einem Job für Josephine. Auch wenn es eine Weile dauert. Fangen wir an. So. Und dann würde ich gern zu Sturmküste. Jawohl. Bericht annehmen. Und weiterziehen. Dieses Mal kommt Serra mit. Sowie natürlich wieder Cassandra und Blackwall. Weil wurde schon mal erörtert. Die beiden müssen jetzt einfach mit. Immer. Auch schön, dass Blackwall auf seinem eigentlichen Einhandkämpfer ist. Und das so, Loading Screen. Ja. Bis gleich. Euer Gnaden. Willkommen an der Sturmküste. Ich hätte euch schon früher informiert, aber... Wir wurden aufgehalten. Wieso? Wegen einer Horde Banditen, die die Gegend unsicher macht. Sie kennen das Gelände und unsere kleine Schar hatte Schwierigkeiten, ihrer Herr zu werden. Einige unserer Soldaten wollten mit ihrem Anführer verhandeln. Seitdem habe ich nichts mehr von ihnen gehört. Ui. Danke für den Bericht, Harding. Keine Ursache. Die Soldaten wussten nicht genau, wo die Banditen sich aufhalten, aber sie haben weiter unten am Strand mit der Suche begonnen. Angesichts des ganzen Wirbels konnten wir auch noch keine ernsthafte Suche nach den Wächtern einleiten. Als dann. Viel Glück. Und genießt die frische Seeluft. Soll ja gut für die Seele sein. Womit wir wieder in einem größeren Gebiet sind übrigens. Das heißt, das dauert jetzt wieder eine Weile. Und auch die neue Rüstung macht sich aber. Ja, und ihr zwei da hinten. Huh, wie geil. Ich weiß nicht, was das war und will es, glaube ich, auch nicht wissen. Das sind Vögel? Okay. Gut für Booten wahrscheinlich. Da ist ein Fragezeichen. Da ist Hausputz. Okay. Ah. Holger der Waldschrat. Wächter, Wächter, Wächter. Wächter? Riss, 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 Riss. Ich soll eigentlich, so reicht nach einem Sturm bullen. Das hier könnte euch interessieren, Sir. Setzt mich ins Bild. Das könnte uns helfen. Ja. Die hab ich. Oh, easy Machtpunkt. Großer Wachtturm. Ich brauche noch einen Holzschlag. Und Steinbruch brauche ich noch. Hofaufwertung. Garten der Himmelsfeste. Elfenwurzel, Spindelkraut und Blutlotus. Und halt der Karostoff. Na gut, das ist das, was wir jetzt suchen müssen. Jetzt heißt es wieder, alles aufsammeln, was wir haben. Ja, noch was? Bleibst du stehen? Es gibt Neuigkeiten, Sir. Setzt mich ins Bild. Das solltet ihr euch selbst ansehen. Ja. Gut, der Quester-Dialog hat keinen Sinn, aber... Irgendwärts sehen wir jetzt mal den Weg. Da ist ein Fragezeichen auf der Map. Das markiere ich, bin mal so, verliere ich es wieder. Oh, da oben. Genau deswegen habe ich es markiert. Oh, Elfenwurzel. Ich habe noch ein bisschen was vor mir. Schlangenstein. Elfenwurzel. Ah. So ein Ding. Hier hat es mal wieder Scherben. Oh, und da unten ist Party. Ah. Da ist eine gewesen. Na, jetzt ist hier noch irgendwo eine. Da. Wer feitet denn da unten? Ich greife euch an. Ihr könnt nichts dagegen machen. Was seid denn hier? Ihr Winter-Eifacher. Den ich kein Damage mache von hier oben, weil die außer Reichweite sind. Okay. So, jetzt sind der nicht mehr außer Reichweite. Jetzt treffe ich euch ja auch. Wo will der denn hin? Noch das Elfenwurzel neben mir. Können wir gleich aufsammeln. Und ich muss auch noch das Elfenwurzel abmachen, Freunde. Wie heißt sie? Namen vergessen. Der Elfe, der durchgeknallt. Na, da ist noch einer. Aber gleich nimmer, würde ich sagen. Und genau jetzt nicht mehr. Ich kriege den Stab weg. Ach, hey! Wen haben wir denn da? Ja, wen haben wir denn da? Wieso redet hier keiner mit uns? Hallo? Achso, weil da noch einer lebt. Da steckt der sich hier. Ich glaub, es hackt. Sturm Wollen! Das war's! Krem! Wie sieht's aus? Fünf oder sechs verwundete Häuptling. Keine Toten. Ja, das wollte ich hören. Lass die Kehlenschlitzer den Rest erledigen und öffne dann die Fässer. Dämliche Wette. Oh, die Kirche muss euch lieben. Versteht mich nicht falsch, Inquisitor. Es freut mich, wenn einer der unseren es zu was bringt. Aber ich schulde Krem jetzt zehn Gulden. Dämliche Wette. Dämliche Wette. Ja, eine Kunari-Magierin. Da hat die Kirche sicher richtig Freude dran. Gegrüßt, Kunari-Bruder. Dämliche Wette war beeindruckend. Ach, komm. Seneda und Stem. Oh. Lasst uns möglichst nicht auf Kunari reden. Das macht die Jungs nervös. Ich hab noch nie Kunari mit Bart gesehen. Ich nehme an, ihr erinnert euch an Kremisius Ecclesi, meinen Leutnant. Schön, euch wiederzusehen. Die Kehlenschlitzer sind fertig, Häuptling. So schnell? Lass sie noch mal nachsehen. Ich will nicht, dass irgendeiner dieser Tevinter-Bastarde davonkommt. Nichts für ungut, Krem. Schon in Ordnung. Ein Bastard weiß zumindest, wer seine Mutter war. Damit ist er deutlich besser dran als ein Kunari, richtig? Also, ihr habt uns kämpfen gesehen. Wir sind zwar teuer, aber wir sind es wert. Und ich bin mir sicher, die Inquisition kann sich uns leisten. Wahrscheinlich. Was genau wird es mich kosten? Euch persönlich gar nichts. Außer ihr wollt uns später ein paar Runden spendieren. Eure Botschafterin. Wie war noch ihr Name? Josephine. Wir wenden uns an sie und regeln das mit der Bezahlung. Das mit dem Gold wird sich schon klären. Macht euch darüber keine Gedanken. Entscheidend ist nur, dass wir es wert sind. Okay. Die Sturmbullen scheinen eine erstklassige Truppe zu sein. Ja, das sind sie. Aber ihr bekommt ja nicht nur die Jungs. Ihr bekommt auch mich. Wenn ihr an vorderster Front einen Leibfechter braucht, bin ich euer Mann. Ganz egal, was kommt. Dämonen, Drachen. Je größer, desto besser. Und dann ist da noch etwas. Ihr findet es vielleicht nützlich. Kann aber auch sein, dass es euch stört. Habt ihr je vom Benasrat gehört? Meine Eltern haben mir von den Benasrat erzählt. Sie sind die Vollstrecker der Kunari und ihre Spione. Ja, genau. Das sind sie. Oder, nun ja, das sind wir. Die Benasrat sind wegen der Venatori besorgt. Die Winter ist doch ohne irgendeinen verrückten Kult schon schlimm genug. Ich habe Befehl, mich der Inquisition anzuschließen. Nahe an euch heranzukommen und Berichte über die Geschehnisse zu schicken. Aber ich erhalte auch Berichte vom Benasrat Spionen aus ganz Orlais. Wenn ihr mich in eure Dienste nehmt, teile ich sie mit euren Leuten. Bleibt mir vom Leib, Spion. Wir wollen euch nicht. Er ist angeheuert. Ich will das nicht bereuen. Ihr seid also ein Spion der Kunari und erzählt mir das? Ich habe jede Menge Geschichten über Haven gehört. Keine Ahnung, was davon wahr ist. Aber ich weiß, dass dieser Korypheus getötet werden muss. Was ich also auch sein mag. Ich bin auf eurer Seite. Ihr hättet trotzdem geheim halten können, was ihr seid. Vor etwas, das die Inquisition heißt? Haha. Früher oder später wäre ich aufgeflogen. Es ist besser, wenn ihr es gleich von mir erfahrt. Das ist sogar richtig. Was würde in diesen Berichten an eure Leute stehen? Genug, um meine Vorgesetzten zufriedenzustellen. Aber nichts, was eure Unternehmungen gefährden würde. Die Kunari wollen wissen, ob sie eine Invasion starten müssen, um zu verhindern, dass die ganze verdammte Welt auseinanderbricht. Ihr gestattet mir, über das, was ihr tut, zu berichten. Und ich sorge dafür, dass ein paar Leute beruhigt sind. So profitieren letztlich alle. Klingt vernünftig eigentlich. In Ordnung. Ihr seid dabei. Freut mich, das zu hören, Boss. Kram, sag den Männern, sie sollen unterwegs austrinken. Die Sturmbullen wurden gerade angeheuert. Und was ist mit den Fässern, Häuptling? Wir haben sie gerade erst geöffnet. Mit Äxten. Dann verschließt sie eben wieder. Du bist doch aus Tivinta, oder? Versuch's mit Blutmagie. Wir treffen uns dann in der Himmelsfeste. Ne, ich glaub nicht. Der kommt gleich mal mit. Ich nehm mal Blackwall und ihn mit. Der sieht aus wie dieser eine Aatrox-Skin. Äh, Seejäger-Aatrox. Plünderer. Na, wer hat's erwartet. Jo, das machen wir gleich mal. Mhm. Mhm. Aha. Das ist cool. Das ist cool. Und verschlingen, das ist wichtig. Drachenzorn. Näh. So, und dann hätte ich gern, dass du auch noch taunten kannst. So. Dann rüsten wir dich aus. Ja, das ist ein bisschen besser. Achso, Voraussetzungsstufe 13. Aber der zwergische Felsbrecher macht den Job gerade so gut. Würde ich mal sagen. Ich schneide das Wohlenes da ein bisschen. Wobei der hat... Ne, die Diffassiven sind besser. Das behalten wir mal. Äh, Rüstung. Achso, klar. Den Vulkanschlangen fand ich also nicht tragen, aber die verstärkte Verteidigerrüstung. Die ist besser als das, was du hast. Schicke Hose. So, diese ganzen Kunari-Malungen hab ich nimmer. Weil ich dachte, ich krieg keinen weiteren Kunari. Ich hab mich geirrt. Das Amulett, der macht, das nur der also eine Bulle tragen kann. Na bitte. Das wollte ich nicht. Oh, die hab ich nicht durchgelesen. Hätte ich mal machen sollen. Das gibt man dir mal. Und das gibt man dir mal. So, hab ich noch ein Gürtel vielleicht. Ja, kriegst du den mal. Und dann hast du grad noch ein Level abgekriegt. Indirekt. Ich könnte hier noch ein Bogen-Skill-Bildschirr aber eigentlich nicht. Ich skiliere den mal noch ein bisschen hier rein. Schmerzen der anderen. Haken-Sprung. Ne, das macht mehr Sinn für Nahkämpfer. Hm, das ist cool. Hm. Hm. So, das hat eben noch eine Spezialisierung bekommen. Welcher war denn das? Ja. 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 Das gilt für Nahkämpfer. Moment, da war da irgendein... Ach so. Automatischer Stufenaufstieg. Ne, danke. So, haben wir jetzt alle? Ne, du hast noch einen bekommen. Live-Steal? Oh, das nehmen wir doch. So. Dann war's das für diesen Part. Sehr danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.